hallo hallo ist der jakob von pc max und ich habe wieder ein headset vor mir das stark an ein headset in das wir schon mal im test hatten und zwar war das das creative soundblaster omega headset und heute haben wir das technik 3d roth headset von creative soundblaster und im endeffekt ist es ein ziemlich ähnliches headset ist hat auch ein thx funktionalität integriert hat auch 50 mm treiber es sieht auch sehr ähnlich aus und es hat auch einen surround sound so sagt creative und wir haben das ganze schon mal ausgepackt und in der verpackung verbirgt sich natürlich zum einmal das headset und das headset erinnert schon auf den ersten blick sehr stark an das omega sieht eigentlich genauso aus bis auf die farbe die hier eben rot gehalten ist man findet hier auch noch handbücher drin und eine anleitung von creative außerdem gibt es einen sehr kompakten sehr kompakte usb-dongle zum verbinden des headsets das ist nämlich auch ein wireless headset genauso wie das omega das wir schon im test hatten man hat auch wieder das anschickbare mikrofon hatten wir auch schon beim omega und ein kabel zum laden des headsets und da ist es schon wieder wie beim omega headset dass auch das roth headset angeblich bis zu acht stunden mit einer akkuladung aushalten soll soviel zum ersten blick jetzt schauen wir uns das jetzt mal im detail an so hier haben wir das gute stück dann auch schon vor uns das sieht eigentlich aus wie das omega headset das roth von creative hat genau die gleiche form hier oben schön wieder polsterung die ohrmuscheln sind wieder schön mit leder gepolstert und man hat auch wieder die gleichen buttons eben hier volume up volume down man kann das headset einschalten man kann hier unten das usb kabel anschließend zum laden des headsets und kann auch wieder das micro eben einstecken hier an der seite so und wenn man das eben angemacht hat das headset dann leute das in dem fall jetzt eben rot nicht wie beim omega blau wobei die buttons also besonders eben hier jetzt der on off button immer noch blau leuchtet ist jetzt die frage ob das irgendwie nicht ganz konsequent durchgezogen wurde die optik von creative und sie hat immer noch so mega headset genommen haben oder ob das absichtlich ist sei mal dahingestellt sieht ob sie schon ganz schick aus und ja wie gesagt eben hier noch der kleine usb dongle der wird einfach eingesteckt und dann ist auch wieder super schnell die verbindung da ist dort weniger als eine sekunde also wirklichen bruchteil hat man da eine wireless verbindung aufgebaut es läuft über das 2,4 ghz funknetz und dadurch hat man auch eine unterbrechungsfreie übertragung auf bis zu zehn metern wobei man sagen muss dass sobald es durch viele wände geht die verbindung dann auch sehr schlecht wird schnell ja ansonsten gibt es optisch eigentlich nicht so viel zu sagen zum creative sound blaster tactic 3d roth und jetzt hören wir uns das ganze mal an so wie es leider immer ist bei video tests mit irgendwelchen audio geräten können wir natürlich den ton jetzt nicht besonders gut zeigen man kann allerdings so viel sagen dass es im prinzip genau der gleiche ton ist der auch beim omega rauskommt das omega headset hat ja noch eine externe soundkarte die auch ziemlich groß ist was die kann kann dieses kleine dongle eigentlich auch wie gesagt thx funktionalität surround sound man hat einen starken bass noch ansonsten bin ich vom klang wieder absolut überzeugt satte beste klar definierte höhen und auch wirklich voluminöse mitten da kann man nicht sagen also für ein headset einmal freier sound und vor allem das spielt natürlich jetzt bei dem eine große rolle für 95 euro also wirklich top klang das einzige was stört und das hatte das omega headset von creative nicht ist dass ein relativ hohes grundrauschen vorhanden ist sobald man das headset angeschlossen hat rauscht es auch es ist nicht so dass es irgendwie störend wäre oder sowas aber man hört es schon ähm ich weiß nicht ob das jetzt am mac liegt ich hab's auch mit windows system probiert ähm kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen äh vielleicht haben wir auch ein montagsmodell erwischt ähm aber ja äh relativ hohes grundrauschen bzw. überhaupt vorhandenes grundrauschen kann ein bisschen nervig sein aber man hat die die ganze zeit auch eigentlich die ganze zeit offen sobald man irgendwie musik hat oder irgendwie skypern oder sowas ähm stört es ja auch nicht mehr ähm mikrofonqualität ist auch wie beim omega einwandfrei also ich habe die vermutung dass sie wirklich genau die gleiche hardware darin arbeitet man hat ja auch wieder eben diese großen 50 mm treiber verbaut in dem headset und ähm ja das einzige was es eben besser macht als es omega ist äh dass es wesentlich günstiger ist und äh ja damit können wir eigentlich auch schon zum fazit kommen ähm das roth ist wirklich ein empfehlenswertes headset gerade für 95 euro ähm auf jeden fall ein kaufwert wenn man denn mit dem grundrauschen zurechtkommt das muss man vielleicht auch einfach ausprobieren ähm wie gesagt es kann gut sein dass wir ein montagsmodell haben ähm ansonsten hat mir sehr gut gefallen dass es eben auch wesentlich kompakter ist als das omega ist durch dieses kleine dongle und nicht diese riesige soundkarte die dann irgendwie doch nicht so viel mehr kann wie man vielleicht denken könnte ähm ich hab's ja jetzt verglichen und vom klang her kaum unterschied gemerkt das einzige was eben die soundkarte von omega hat und was den aufpreis rechtfertigt ist dass man eben noch eine zusätzliche quelle anschließen kann und das ganze dann noch umschalten kann und dass man noch einstellmöglichkeiten hat die hat man aber bei dem headset auch dafür gibt es auch eine software ähm ja und ansonsten bleibt nur die empfehlung 95 euro klasse headset super klang zum tragekomfort habe ich jetzt noch gar nichts gesagt weil ich das auch schon mal mega getestet habe ähm also es sitzt super es ist jetzt nicht so dass der komplette die kompletten außengeräusche abgedämpft werden also man hört schon noch was von außen aber weniger sitzt gemütlich sitzt lange gemütlich preiswert klingt gut ist ein kaufwert wenn man denn das grundrauschen irgendwie verschmerzen kann ich bedanke mich natürlich fürs zuschauen falls es noch fragen geben sollte einfach unter das video kommentieren oder direkt auf pc max oder alternativ mir auch eine mail schreiben die findet ihr auch auf pc max.de und ich werde mich natürlich bemühen da möglichst schnell darauf zu antworten